Hallo, wie man unschwer erkennen kann, geht es heute um das Thema Alkohol, aber nicht im Fahrer, sondern im Tank. Und damit herzlich willkommen zu PaibeTV Folge 6. So, und da ich das Thema nicht alleine behandeln kann, weil ich kann entweder nur schrauben oder fahren, sitzt zu meiner Linken der liebe Stefan von MotorradreiseTV. Der hilft uns dabei, vor allen Dingen auch in der Geschichte mit den Langstreckentests. Ja, ganz genau. Du hast ja wunderbar den Winter jetzt als Umbauzeit ausgesucht. Das heißt, du darfst schön im Warmen hier in der Werkstatt schrauben, ich muss raus ins Kalte, fahren, fahren, fahren. Langstreckentests wird angesagt. Thema E85, ich habe ja schon mitbekommen, du hast vor zwei Jahren eine Suzuki RMX 450 auf Bioethanol umgebaut. Also machbar ist das in dem Bereich, jawohl, also nicht nur bei Autos, sondern auch bei Motorrädern. Aber warum denn jetzt gerade Bioethanol? Ja, wir machen das ja jetzt, oder ich speziell mache das ja jetzt schon circa weit über 25 Jahre, Motoren, Tuning, Überholung, gerade so im Ein- und Zweizylinderbereich. Und irgendwann sucht man ja auch mal wieder neue Herausforderungen. Und da kam uns natürlich gerade mal der Wechsel auf einen anderen Kraftstoff genau richtig. Vor allen Dingen halt in Richtung mehr Leistung, bedingt durch halt Motoren höher verdichten, etc. Man kann halt dadurch halt mehr Leistung finden, braucht natürlich dann auch einen klopfesteren Kraftstoff. Und natürlich im Umkehrschluss dann auch mit einer sauberen Verbrennung, also sprich das grüne Element ist auch drin. Also E85 sozusagen als grünen Alternativsprit nutzen. Ich meine, es gibt ja viele Diskussionen, gerade bei Biodiesel. Ich glaube, jeder kennt so diese Diskussion um Palmöl, wo Regenwälder abgeholzt werden. Das ist natürlich ein Thema, mit dem man sich auch irgendwo beschäftigen muss bei den ganzen Biokraftstoffen. Bei E85, da ist das aber ein bisschen anders, gerade was so den Herstellungs- und Gewinnungsprozess angeht. Das ist richtig, Stefan. Das Problem eigentlich bei Bioethanol oder das ist eigentlich recht einfach, das herzustellen. Man könnte es quasi zu Hause machen. Biotonne auf, Destille rein und schon kommt hinten der Alkohol raus. Wir dürfen es aber nicht. Also in Deutschland dürfen wir es nicht. Man braucht eine Brenngenehmigung und dafür auch nur für Trinkalkohol. Im großen Stil wurde es natürlich leider oft auch mit ganz normalen Lebensmitteln, gerade im Thema Maisanbau auch in den USA benutzt oder hergestellt. Das geht natürlich gar nicht. Die Möglichkeit besteht halt heutzutage entweder über den ganz normalen Bioabfall. Da sind die Mengen aber immer noch zu klein. oder man geht halt hin jetzt über Alternativen wie zum Beispiel momentan in der Erforschung grünen und braunen Algen oder die Möglichkeit jetzt halt auch die Pflanzenabfallstoffe der Getreideherstellung, also die ganzen Pflanzenfaserstoffe und so weiter, sind oder ist man jetzt auch in der Lage so langsam daraus den Zucker zu gewinnen, der vorher nicht zu bekommen war oder nicht aufzuspalten war, den umzusetzen in Alkohol. Also da eine Richtung, natürlich No-Go, kein Essen für Sprit, aber die Alternativen sind da. Also wenn man da am Ball bleibt in der Entwicklung, auch eine Möglichkeit wirklich diesen Kraftstoff nachhaltig zu produzieren. Das wäre natürlich eine klasse Sache, wenn da die Entwicklung immer weiter geht. Aber apropos Entwicklung, was haben wir denn jetzt hier konkret? Ja, da habe ich schon was vorbereitet und das zeige ich dir jetzt. Guck mal. So Stefan, das ist sie, das Motorrad kennst du mit Sicherheit noch, weil die hast du glaube ich selber als letztes gehabt. Ganz genau, das ist die Kiste, mit der ich in den Westalpen auf der Endurotour unterwegs war. Jetzt steht sie hier bei dir, E85 im Tank, aber einfach so Alkohol da reinschütten, das geht wahrscheinlich nicht so einfach. Was muss man denn jetzt hier beachten? Genau, leider oder theoretisch gesehen würde es gehen, ja, aber die beiden Kraftstoffe haben halt doch einen entscheidenden Unterschied. Bioethanol, der Heizwert von Bioethanol ist schlechter. Das heißt, bei normalem Kraftstoff vermischen wir ja bei einem geregelten G-Cut-Fahrzeug 14,7 Teile Luft zu einem Teil Benzin, um auf Lambda 1 zu kommen. Also eine saubere Verbrennung. Bei Bioethanol müssen wir leider 9 zu 1 vermischen. Leider bzw. ca. 25% mehr, weil wie gesagt der Heizwert schlechter ist und dementsprechend müssen wir eben halt die Menge erhöhen, um auf die gleiche Kraftentfaltung zu kommen. Um jetzt überhaupt mit dem Projekt hier anzufangen, ich habe ja vor ein paar Tagen schon mal bei dir reingeschaut, da stand die Karre hier schon im Prüfstand, damals noch im Serienzustand. Was habt ihr denn da gemessen? Ja, wir haben jetzt natürlich erstmal die Basisdaten ermittelt. Wir müssen ja erstmal, wenn das Fahrzeug kommt, erstmal schauen, wie ist die Konfiguration überhaupt von dem Fahrzeug. Das heißt, wir messen Abgas und wir messen die Leistung. Und wie das aussah, das zeigen wir euch jetzt. Ja, also wie wir eben gesehen haben, die ersten Daten haben wir gemessen. Leistungsprüfstand einmal abgerollt. Aber jetzt gibt es natürlich noch was Neues an dem Motorrad. Du hast nämlich noch auf den Krümmer einen Anschluss drauf geschweißt für den AFR Sensor. Was ist so ein AFR Sensor überhaupt und was kannst du damit messen? AFR Sensor ist halt die Abkürzung für Air Fuel Ratio. Das Gerät kann nichts anderes als den Restsauerstoff im Abgas messen. Das heißt, dazu brauchen wir halt eine Sonde, diese Breitbandsonde. Und hier können wir halt mit diesem Gerät und dem dementsprechenden Abgastester, der da dran hängt, während wir auf der Rolle die Leistungsprüfung bzw. überhaupt die Abgasprüfung machen, in Echtzeit erkennen, wie ist die Vermischung Kraftstoff zu Luft. Wir können den Abgastester auch mitnehmen, dass wir also quasi richtige Fahrtests machen und das Kennfeld halt genau unter Last exakt einstellen, so wie wir es haben wollen. Ja, also nach der ersten Basisdatenermittlung im Serienzustand, da ging es jetzt direkt schon einen Schritt weiter. Die Karre, die sah aus wie so ein Patient auf der Intensivstation, komplett verkabelt und der erste Eingriff sozusagen in die Steuerelektronik vom Motorrad. Was genau hast du denn da gemacht? Ja, wir müssen ja versuchen, die Signale des Originalsteuergerätes so zu verändern, dass wir halt dann mit dem Bioethanol-Kraftstoff fahren können. Und das geht halt nicht mit dem Originalsteuergerät. Deswegen gibt es halt dafür den Power-Commander von DinoJIT. Hier können wir den dazwischen schalten, also quasi das ist ein Zwischenschaltgerät. Wir stecken einfach Einspritzdüse, Drosselklappensensor und so weiter ab. Klemmen den dazwischen und die Signale müssen halt durch diese Box durch. Dadurch, dass die hier durchgeht, können wir die Signale verändern und dementsprechend halt für unsere Gegebenheiten anpassen. Nach der Leistungsmessung oder nach der nächsten Leistungsmessung mit dem Power-Commander, da haben wir schon eine deutliche Veränderung gesehen in der Kurve. Die können wir uns gleich auch nochmal kurz angucken. Also mehr Drehmoment im kompletten Bereich, also im kompletten Drehzahlbereich. Mehr Leistung, vor allem auch mehr Spitzenleistung. Ich glaube knapp 4 PS oder 5 PS fast mehr. Die alleine schon mit dem Power-Commander dabei rumgekommen sind. Jetzt wird es aber Zeit, denn danach kommt ja der nächste Schritt eigentlich, worum es jetzt geht, E85 in den Tank. Ist die Kiste denn jetzt mit dem elektronischen Bauteil dafür schon, ich sag mal, gut genug vorbereitet oder muss man noch was machen am Morbett? Nein, erfreulicherweise hat das vollkommen ausgereicht. Wir müssen halt dementsprechend ja nur die Kraftstoffmenge anpassen. Das können wir natürlich mit Benzin, indem wir auf die Leistungsseite gehen. Das heißt, wir gehen von 14,7 zu 1 weg, Luft zu Benzin und gehen in Richtung 12,5 zu 1. Das heißt, wir gehen auf, wenn man es gerne in Lambda hören möchte, auf 0,85 Lambda. Das ist immer so die optimale Vermischung von Benzin zur Luft, um richtig Leistung zu erzeugen. Alles weniger, also 11 und runter wäre zu fett. Darüber wären wir wieder ein bisschen zu mager und wir hätten halt nicht die optimale Kraftentfaltung auf dem Kolbenboden. Hier können wir halt hingehen, sagen, wir nehmen die Mischung bzw. die Messung von 12,5 zu 1 Benzin, stellen um auf Bioethanol und versuchen mit der Basis dann damit halt dann E85 zu fahren. Mit Bioethanol und dem Powerkommando zusammen auch nochmal abgerollt, nochmal mächtig Krach gemacht hier. Und da haben wir gesehen, überraschenderweise, die Kurven zum Superbenzin mit dem Powerkommando und zu Bioethanol, die sind ja fast deckungsgleich. Also auch mit Bioethanol das Leistungsniveau gehalten, also auch knapp 53 PS Spitzenleistung, mehr Drehmoment etc. Das sind jetzt natürlich die ersten Werte mit dem Grundsetup. Das heißt, Hardware abgeschlossen, jetzt geht es an die Software. Gerade auch natürlich das Thema Abstimmung, Fahreigenschaften etc. Was kommt denn da jetzt in Zukunft auf uns zu? Ja, wir werden jetzt erstmal mit dem Fahrzeug bzw. du wirst mit dem Fahrzeug jetzt schön Langstreckentests machen. Das heißt, wir müssen erstmal ermitteln, wie verhält sich das Fahrzeug im kompletten Alltagsbetrieb. Also Kaltstart, morgens auf der Arbeit fahren oder zum Kiosk oder wie auch immer. Oder Autobahnstrecke, Spritverbrauch an sich, also Menge zu 100 Kilometer müssen wir wissen, weil wir haben ja nun mal einen höheren Verbrauch, bedingt, dass wir eben halt mehr reinspritzen müssen. Wo kommen wir denn hin? Und natürlich, wie gesagt, wie ich gerade schon sagte, die Alltagstauglichkeit ist wichtig. Wie verhält sich das ganze Motor, wie verhält sich der Motor an sich? Was ist mit dem Kunststofftank? Da gab es dann auch immer in der Vergangenheit immer so Themen, ah, der Alkohol mit den Nylon-Tanks, das geht nicht gut oder es könnte da Ärger geben. Das müssen wir ermitteln. Und wenn wir das dann so weit stehen haben und du deine Kilometer abgespult hast, dann wissen wir mehr. Also für mich bedeutet das ja jetzt rausgehen und fahren, während du hier in der warmen Werkstatt bleiben kannst. Wir haben natürlich perfektes Wetter, um so Langzeittests zu machen. Aber ich habe da richtig Bock drauf. Man riecht natürlich auch schon den Unterschied. Also hinten die Karre, die riecht irgendwie wie ein bisschen nach Trinkhalle. Ich hoffe, da komme ich nicht in Erklärungsnot, wenn mich die Polizei mal anhält. Von wegen, sie haben doch getrunken, Herr Klabunde. Aber es gibt natürlich noch weitaus ambitioniertere Ziele für das Projekt, als dass wir jetzt nur sagen, okay, wir haben die Karre umgerüstet und sie fährt. Was ist denn jetzt das eigentliche Ziel? Genau, das hatten wir ja schon mal mit der RMX. Es funktioniert prima, nur wir wollen ja noch ein bisschen was mehr zeigen. Und zwar, wir haben jetzt vor, quasi also diese Top-Leistungsdaten mit diesem Kraftstoff auch noch über die Euro 3-Zulassung zu bringen. Das heißt, durch dieses Mapping mit dem Bioethanol haben wir natürlich erreicht, das Motorrad läuft schöner, runder und sauberer im ganzen Tritzerbereich. Wir haben mehr Leistung und wir können damit die gleiche Abgasmessung erreichen, wie mit Kraftstoff und in der abgewürgten Version. Das muss machbar sein, weil der Kraftstoff ist einfach sauberer, auch in der Verbrennung und halt dementsprechend halt auch gut für eine Euro 3. So, jetzt sind wir soweit. Der Stefan darf jetzt erstmal raus und ein bisschen frieren gehen. Wir brauchen jetzt natürlich die Basisdaten. Das heißt, wir müssen wissen, was verbraucht das Fahrzeug mit Bioethanol auf 100 Kilometern und vor allen Dingen, wie verhält sich das Fahrzeug im Alltagsbetrieb, also Kaltstart, im Stadtverkehr. Wenn alles gut läuft, können wir euch schon in Folge 7 die ersten Erfolge hoffentlich präsentieren und dann auch vielleicht schon die ersten Infos zu Euro 3 bringen. Also, ich würde sagen, wir sehen uns in Folge 7. So, wie jetzt weiss! Und storytell sind dann alle BPl pense im Alltagsbetrieb durch die zusdade Wassersberg. Gut, ihr wisst das? Das ist wenigstenswert zu sch conflicts.